So, dann wollen wir mal das Werkzeug suchen, was hier irgendwo rum lag. Und mit irgendwo meine ich halt auch... Alter, ist das überbelichtet. Ähm... Mit irgendwo meinte ich auch irgendwo, weil ich hab echt keinen Plan mehr wo. Das war halt irgendwann mal am Boden. Lag das irgendwann mal rum? Hab ich gedacht, ja, nettes Gimmick. Sieht schick aus. Aber ich wusste nicht, dass wir das nochmal brauchen. Anscheinend... Ach, okay, noch eine Etage. Hatte ich schon mal erwähnt, dass hier alles sehr, sehr verschachtelt... Unfassbar stark verschachtelt ist. Ja, genau, hier unten war das. Alright, das ist alles. Zeit, um zu Alexi zurück. Zu Alexi Bexie! Grüße gehen raus. Du wirst dieses Video nie sehen, aber... Fühle dich hiermit gegrüßt. Alexei Bexie! Das ist die russische Variante. Oh Gott, das wäre schlecht. Ich tu mal so, als wäre da nichts gewesen und lauf einfach mal ganz gediegen weiter, ne? Ja, und übrigens, ich dachte, er wäre der Kerle, der vor einen Putzdienst hatte, den ich hätte suchen müssen. Plottwist. Es war nicht der Kerle, den ich suchen musste. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Äh, ich hab mich wieder verlaufen? Ja, ich hab mich wieder verlaufen. Ich muss nämlich durch die... Genau, durch das andere Shot. Ich hab das falsch genommen. Es tut mir leid. Ich verstehe das halt richtig. Warum macht man so viele Treppen? Hier ist eine Treppe, die senkrecht nach oben führt. Dann ist eine, die so ein bisschen im 45 Grad Winkel ganz normal nach unten geht. Also sprich, einmal eine Treppe, einmal eine Leiter, aber natürlich nicht direkt nebeneinander, sondern versetzt zueinander, getrennt von einem Stahlzaun, von einem Maschendrahtzaun. Hm. Naja, ich hab da so ein bisschen mein Problem mit dieser Konstruktion von diesem Schiff. Sag mal, sind das Betonwände? Sind das Betonwände? Wenn ja, könnte es gewissermaßen Sinn ergeben, um halt die Strahlung abzuhalten. Aber... Interessant. Apropos Strahlung. Hi. Ja, ich hab alles besorgt. Hier. Ja, kein Ding. Ich komm nach dem Schwarzbild wieder. Und da sind wir wieder. Alles bereit. Es war natürlich ein paar Gäste, aber ich habe es in Ordnung. Na, hol dich. Und danke. Sieht großartig aus. Er wird von Dimitri sicherlich gefallen. Geht klar, Alex. Machen wir. Schlampig, du hättest dich mehr anstrengen können. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht. Ich hab da keine... Ich kann es nicht sagen, ob er schlampig gearbeitet hat. Wird aber schon passen. Oh, endlich. Das hat ein paar Lagerarbeit gemacht. Ich nehme die Flasche zu Mikael. Vielleicht kann ich endlich zu diesem Computer kommen. Verpiss dich auf Russisch. Und, ähm... Ich weiß es nicht. Hätte halt keinen Vorteil. Er wäre uns halt sauer. Und wenn wir den später nochmal brauchen, dann... Ripp. Und außerdem, ich konnte es halt wirklich nicht beurteilen. Also ich hatte den ja noch nicht in der Hand. Ich konnte ja nicht sagen, ob er gut gearbeitet hat oder schlecht gearbeitet hat. Und selbst wenn er schlecht gearbeitet hätte und ich es erkannt hätte, ich hätte es glaube ich nicht unterscheiden können, weil ich halt kein Russisch kann. Also das sieht halt für mich alles gleich aus. So, wieder verlaufen. Verdammt. Ähm, wo war die Treppe? Ach genau, erstmal die Leiter und dann die Treppe. Klar. Hier, dieser Gang endet halt wirklich genau hier, ne? Es geht dann nicht weiter auf der Ebene. Sprich, du musst erstmal wieder eine Etage weiter nach unten. Dann durch die Loke durch. Und dann in der nächsten Etage wieder nach oben. Also die Etage ist eigentlich unterbrochen. Stimmt das? Ja, stimmt. Hier geht es wieder nach oben. Warum unterbricht man die Etage mittendrin? Was ist denn das für ein Bullshit? Gibt es hier irgendwelche wichtigen, äh, mechanischen Bauteile oder irgendwelche generellen Bauteile, die hier verbaut werden mussten, hier hinter dieser Wand? Also da muss ja irgendwas gebaut werden. Ah, warte mal. Ja, ich gehe gleich weiter. Ich will was überprüfen. Könnte. Es rein zufällig sein, dass hier eine Abstellkammer ist. Aha. Ne, da wollte ich nicht hin. Ne, ich meine hier wäre doch... Entschuldigung. Ich meine... Ich meine, ich meine, ich meine... Gut, es ist auch egal. Ähm, ich dachte, da wäre irgendwas mit Batterien noch gewesen. Aber das war, glaube ich, auf einer anderen Ecke. Hatten wir mit dir schon gesprochen? Ich hoffe, dass die Frau nicht mit mir über mich nicht bemerkt. Ja, ich glaube, wir hatten mit dir gesprochen. Der hat bestimmt einen neuen. Tschü. Könnte ich ihr Foto machen? Nein. Ich bin Schamöhr hier auf dem Schiff. Mögen mich alle wegen solchen Sprüchen. Mit dir hatten wir auch schon gesprochen. Du kommst mir sehr bekannt vor. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mittlerweile dieses O-Boot einigermaßen versteht. Also ich komme so Stück für Stück so ein bisschen in den Jahren halbwegs dran. Ich werde es wahrscheinlich nie ganz begreifen, aber ich komme nah dran. So, ich muss jetzt nach vorne wieder zur... Hier war doch der Sauna-Freizeitbereich, oder? Ich glaube, jetzt gehe ich gerade nach vorne. Und hier müsste ich mich eigentlich ein bisschen besser auskennen. Ja, wo muss ich eigentlich... Ich muss gar nicht zum Sauna-Bereich, ne? Ich muss ihn wieder nach unten. Zu dem Computer-Heinzel. Stimmt ja, da war ja was. Ja, mittlerweile, wie gesagt, den vorderen Bereich, den kenne ich ein bisschen besser mittlerweile. Den hinteren Bereich, da war ich noch nicht so oft. So, meine lieben Freunde, es geht jetzt ans Eingemachte. Ich muss hacken. Wünscht mir Glück. Ja, ich habe es geschafft. Super. Oh, Timko abräumt. Es wird mir gelungen. Sattet sich auf den Computer. Ich habe bereits ein Teil der Internet-Pocht. Schau mal, wir werden nach hinten. Vielleicht sollte ich etwas schreiben. KSV hat eine Art, um zu checken. Ja, es ist eine gute Idee. Bereit. Jetzt, wir versuchen, etwas Daten zu spüren. Warum hat er nicht erst die Daten geklaut Und dann was geschrieben Flashout 3, 2020 Jetzt geht's los mit dem Hacken Ja, man sieht, es kommt dann ein Countdown runter Ich glaube, die 3 könnte hier Ach, die hab ich schon Gut, es ist 50-50 Los, 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 los Das hier, das hier Geh zum Kapitänsektor Das sollte Dinge leichter machen Oh, wir haben den Code Oh, das ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht Geheimdienstbericht Nummer 1638-07 Ihr seht diese Nummer ASCI White ASCI, das sagt mir irgendwas ASCI White ist der schnellste Computer der Welt Achso Er wurde im Juni fertiggestellt Wird aber erst 2001 betriebsbereit sein Er ist auf 8192 Power 3 Prozessionen aufgebaut Das sagt mir halt überhaupt nichts Und sollte 4000 Teraflops leisten Und 12.000 Prozesse pro Sekunde durchführen können Der Computer wird für komplizierte Berechnungen genutzt werden Etwa die Simulation einer nuklearen Explosion Er wiegt 106 Tonnen Und verbraucht 6 Megawatt Energie Die Hälfte davon zur Kühlung ASCI White läuft auf dem AIX-Betriebssystem Okay, ich bin echt kein Ich hab zwar ein Semester Informatik gehabt In meinem Studium Aber da ging es um Programmieren in Java Das hat halt überhaupt null Absolut null Hiermit zu tun Also wenn einer von euch irgendwie in der Programmiersprache drin ist Da kommt ihr alle her Und Ja, die ganzen Daten Kann ich jetzt nicht verifizieren Dafür bin ich halt nicht stark genug in der Materie dran Aber es ist Ich kann euch garantieren Die heutigen Supercomputer sind ein wenig kompakter Und obendrauf auch noch ein bisschen leistungsfähiger Zumal, jetzt kommt er demnächst Demnächst ist auch relativ In den nächsten Nein In den nächsten 10 20 Jahren Es wird sich noch zeigen Wie schnell das vonstatten geht Kommen ja dann auch die Quantencomputer Die sind momentan schon im Testlauf Es geht halt aber darum Die Zuverlässigkeit noch zu erhöhen Die Rechengeschwindigkeit ist absurd hoch Und die Möglichkeiten, die haben, da offenstehen Sind auch Abstrus eigentlich Ähm Aber wie gesagt Die sind momentan noch nicht ganz zuverlässig Aber wenn das irgendwann mal behoben wird Dann Holy Fuck Die Prozessorleistung, die dann frei wird Und vor allem Wir brauchen dann auch noch Betriebssysteme Die dann zuverlässig drauf laufen Das ist ja eine komplett andere Programmiersprache Die dann auf einmal auf eins zukommt Das wird, das wird spannend Aber wenn wir die irgendwann mal in 10, 20 Jahren haben Glaubt mir, das wird was Ähm Ich bin wegen meines Flachmanns hier Ich habe gehört, dass Dass du heute Geburtstag Warte mal Ach, das ist Was, Dimitri, ja, ne Ich habe gehört, dass Heute dein Geburtstag ist Und wollte dir alles Gute wünschen Oh, bitteschön Freut mich, dass er dir gefällt Okay, muss dann los Du kannst dich auch an allem mehr freuen Nee Nee, lieber nicht Ja Du bist einer der Experten, oder? Ich halte eine Aufgabe für dich Ich muss hier für jeden irgendeine Scheiß erledigen Das ist echt nervig Gut Was ist das? Komm schon Komm schon Komm schon Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt Wir befinden sich an den Kursen Und uns BPK Lukas, wir lagen Lukas, wir lagen Lukas, wir lagen Lukas, wir lagen Wir jagen wir denn dich? Wir jagen Herrn Kreuzer Aha Gut, ergibt auch Sinn Kommt aus Köln Würde ich auch jagen Mit Fackeln und Heugrabeln Grüße gehen raus Oh, mit dem Hilfsmotor Mit dem Dieselmotor Hatten wir denn nicht neulich noch Dokumente besorgt? Ihr merkt langsam Die ganze Geschichte fügt sich so Stück für Stück zusammen Ja, kein Problem Ja, ich bin der Mann für alles hier Ähm, wie gesagt, die Dieselmotoren, die Hilfsgeneratoren Die sind ja die, die uns vor einer Katastrophe schützen Und die machen auch Probleme Ja, das wird bestimmt gut enden Ja, das wird bestimmt gut enden Ja, das wird bestimmt gut enden Ich werde mit dem zentralen Post Ich muss mit dem Kommandanten sprechen Jawohl So Moin, Moin Hier sind irgendwelche Sachen nur dicht Guten Tag, ich wünsche euch Wir haben hier ein wenig Wettbewerb Wir haben keine Wettbewerbs Wir haben keine Wettbewerbs Äh, was soll ich tun? Geh zum Ventil Ich werde dir schauen, was es geht Äh, ist das die Ventilsteuerung? Ich bin natürlich ein absoluter Experte, ne? Gertöse? Pferdchen Ich sage, изменилось что-нибудь или нет Ähm Was muss ich denn machen? Ähm Ich, 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 ich mache einfach mal Interagieren Ich dachte, er wird Ich habe mir irgendwie weitere Anweisungen Aber das ist jetzt nicht so passiert Ich bin ein richtiger Profi hier Gut, dass sie mich haben Ich habe jetzt an zwei Ventilen In zwei Richtungen gedreht Easy Das ist eine einfache Arbeit Oh Ja, wenn es nicht zu einer Katastrophe führt Dann ist ja alles gut, ne? Danke dir Wir haben uns nicht zu einer Katastrophe Lade Ich werde dich nicht mehr erlauben Der Vollspacken Hätte doch die ganze Arbeit übernehmen können Der läuft ja die ganze Zeit Nur durch die Gegend, der Vollidiot Äh Beschweren bringt hier nichts Ich merke das schon Das ist wie mit der Guillotine An der, an der Beschwerdebox Wo man Zettel reinwerfen kann Mit der Handguillotine Genau Mit der Handguillotine An der Beschwerdebox Ich weiß nicht, wo das jetzt ein Zitat draus war Doch, ich weiß, wo es ein Zitat draus war Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Wenn einer von euch eine Ahnung hat Aber das ist ungefähr genauso auf dem Niveau hier Hey, ich bin Experte Ja, äh Mach mal was anderes hier Eine andere Aufgabe Wir brauchen dich unbedingt dafür Ist ja nicht so, dass einer daneben noch läuft Der hätte da anpacken können Der auch keine Qualifikation dafür braucht Macht ja nix So, äh Moment, er ist ja jetzt in der Offiziersgeschichte Von daher ist jetzt hier frei, ne? Ich bin hier falsch Ach doch, ich bin doch hier richtig Ist bei Dimitri Wir wollen in seinen Unterlagen schnüffeln Ist klar Ja, ich bin hier Und der Zeit kommt Und die Däbsten kreben für meine Säule Ich lese zu, wie eine Tür für die Eternität Ich schlöse mit einem Sprachstuhl mit einem Sprachstuhl Dmitri Die Oste 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 Nur ein paar Schrauben. Empty. Verstanden? Das sollte sein Notepad sein. Die Fachleute schreibt, dass das Sub in der linken Seite... ...dann er veröffentlicht. Sie konnten es nicht auf dem Video aufladen. Kapitän Gennedy hat etwas über die geschlossenen Kranen erwähnt. Also das klingt genau richtig. Interessant. Ich denke, das ist es. Ich sollte den Notfall zurücklegen. Ich bin aus hierher. Es wird vielleicht ein Gespräch. Das ist meine Chance. Ich werde nicht noch eine andere Chance bekommen. Ich versuche, zu der Runde, die das Sonarsystem kontrolliert. Ich kann mich über die erste Seite schauen, ohne jemanden zu beschäftigen. Torpedos. Von denen haben wir schon einiges gehört. Mit denen wir hier ausgelaufen sind. So, die haben jetzt anscheinend ein Treffen. Und da müsste ich ganz noch kurz mal ins PDA reingucken, weil der Kollege spricht mir etwas zu schnell. Was jetzt die konkrete Aufgabe ist? Ich muss zum Kontrollraum mit der Steuerung des Echolot-Systems und den Torpedos gehen. Stimmt, da war was. Echolot-System, hat er eben gerade erzählt. Und da kommen wir jetzt nur rein, weil die jetzt bei der Besprechung sind und wir jetzt hier freie Hand haben. Mr. Muck ist wieder da. Moin. War ich da eigentlich schon mal in dem Raum mit dem Echolot-System? Ich glaube schon, ne? Das sollte kein neuer Raum sein, aber der ist jetzt demnach umbesetzt. Oder freier. Mal gucken. So, jetzt sind wir vorne bei den Torpedos. Bei den kaputten. Oder bei dem einen kaputten. Was will ich denn hier? Mal nach da unten. Gut, dass ich die Markierung hätte. Also, habe. Sonst hätte ich mich hier schon 80 Mal verlaufen. Jetzt. Ich muss mich hier auf den Computer gehen. Ich bin sicher, dass es etwas interessantes hat. Bewegt er sich? Nö, ne? Doch, der bewegt sich. Du alte Kacksau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, da geht das nicht. Wenn er sich da hinten wieder hinsetzt, dann geht's, glaube ich. Ja, und auf geht's. So, auf gutes Gelingen. Eins war richtig, wow. Äh, scheiße. Ich muss mal rechts anfangen. Zwei waren richtig. Das war falsch, scheiße. Äh, machen wir mal den hier, den hier, den hier. Auch falsch. Dann fangen wir mal hier unten an. Das da. Machen das da, das da. Und das ist die 50-50 Chance. Bingo! So, es geht hier weg. Schnell, 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 schnell. Okay, ich gehe. Ich denke, ich werde mich in eine Minute zurück. Mh, 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 mh. Moin. Tolle Rechner habt ihr hier. Die sollte man definitiv nicht hacken. Das wäre ja gefährlich. Alter, Finne. Das war jetzt knapp Also einmal noch verkackt Das hätte ich mir jetzt nicht gemerkt, welchen ich schon hatte Dann wäre es kacke gelaufen Ich gucke gerade mal hier vorne, ob es hier noch irgendwas gibt Bei ihm hier? Nö Ich weiß nicht, irgendwie Ist das da hinten Beton Ich will immer noch verstehen, wie dieses U-Boot aufgebaut ist Keine Ahnung, so ein Bauplan So ein 3D-Bauplan wäre halt schon irgendwie cool Dann könnte ich mir halt irgendwie Gedanken machen, wo ich gerade auf diesem Schiff hier stecke Aktuell laufe ich ja wie so ein beklopptes Albino-Höntchen durch die Gegend Ohne wirklich einen Plan zu haben, wo ich eigentlich hin möchte Shit happens Naja, auf jeden Fall, wie gesagt Hacking war Sehr knapp gerade Sehr, sehr knapp Eine Sekunde länger und RIP Moment, was haben alle Waffenexperten? Wir haben geholfen Die erste Phase der Manövrungen muss jetzt beginnen Oh, das Manöver geht los Das Manöver geht los Und wisst ihr was? Ich glaube Hier manchmal denke ich halt, das Spiel free ist Aber in Wirklichkeit bin ich einfach nur zu blöd, um mich zu bewegen Wisst ihr was? Ich glaube tatsächlich Das überlasse ich Zukunfts, Alex In der nächsten Aufnahmesession Ich bin mal gespannt Der wird sich auf jeden Fall drauf freuen Denn jetzt kommen wir halt in den Bereich des Flottmanövers In den Bereich der, glaube ich, beinahe Katastrophe In den Bereich der Katastrophe Die jetzt langsam ihren Allauf nimmt Wir wissen jetzt Um das nochmal Revue passieren zu lassen Als kleiner Boni, sag ich mal Wir wissen von den kaputten Dieselmotoren, die eine Macke haben Wir wissen davon, dass die Okay, mit den Reaktoren wissen wir jetzt nicht Wir wissen, dass es bei anderen U-Booten ein Problem gab Dass es jetzt Lecks gab Wie wichtiger ist Wir wissen von den kaputten Torpedos Wir haben defekte Torpedos Und vor allem auch scharfe Torpedos an Bord Und ich Wie gesagt, ich habe mir die Geschichte von der Kurs nicht komplett durchgelesen Aber ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt Und dann haben wir halt noch Ja, ich glaube, das sind die Hauptpunkte tatsächlich Also sprich, defekte Dieselmotoren Die uns in den Arsch halten könnten Ein unzuverlässiger Atomreaktor Und das Hauptproblem Gefährliche, brandheiße Ladung Und die jetzt wahrscheinlich im Manöver Zu einem Problem führen wird So, aber wie gesagt Darum kümmert sich der Zukunfts-Alex Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen Danke auch, wie gesagt Nochmal an der Stelle für die Kommentare Die immer unter den Videos stehen Danke für euer Interesse an diesem ganzen Projekt Euch gefallen anscheinend die U-Boot-Spiele Habe ich das Gefühl Ich meine, das macht mir ja auch Spaß Auch mal auf so einem etwas moderneren U-Boot rumzulaufen Für meinen Teil, wie gesagt Jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Grüße an den Zukunfts-Alex Der wird wahrscheinlich in einer neuen Folge Das Ganze richtig schön wuppen Mit anderen Worten Das U-Boot versenken Macht's gut Und tschüss Das Ganze richtig schön wuppen Der wird wahrscheinlich in einer neuen Folge Die Zeitung in einer neuen Folge Die Zeitung in einer neuen Folge Und tschüssig in einer neuen Folge Und dann eben auch in einer neuen Folge